Es wird sonnig. Am Vormittag kann es noch einzelne Nebelfelder aus der Nacht geben, aber die ziehen schnell ab. Die Sonne kommt raus, die Temperaturen werden ähnlich wie heute sein mit 3 bis 7 Grad. Der Wind ist weiterhin nur schwach unterwegs aus südwestlicher Richtung. Erst ab Freitag ändert sich das Wetter, dann kommt ein Tief vom Atlantik mit neuem Regen, aber auch wieder milderen Temperaturen von 7 bis 10 Grad. Antenne Brandenburg Verkehrsservice Bitte jetzt vorsichtig fahren auf der A11 Stattin Berlin zwischen Finofroth und Lanke. In beiden Richtungen Gefahr durch freilaufende Tiere. Vorsicht auch auf der A24 Hamburg Berlin in beiden Richtungen. Auch dort ist ein Tier immer noch zwischen Putlitz und Mainburg unterwegs.